Wer zuerst Diaz findet, ist cooler. Einverstanden? Okay. Oh Diaz! Oh Scheiße. Ich bin cool. In den Fuß einstechen. Oh, ich hab einen Spawner gefunden. Noch einen Spawner? What the fuck? Willkommen zum vierten Tag des krass epischen Team Wars. Ähm, hi, Peter. Wir gehen jetzt in Server rein. Reindau. Ich stege den Webern in der Höhle. Ja. Und ich hab kein Essen mehr. Ich hab ein bisschen Essen, warte, komm her. Komm her, hier geht's dir jetzt runter. Bei mir jetzt Lava. Pech für dich. Ähm. Warte. Ich hab hier... Will ich essen? Warte. Chill, warte. Für dich hier. Ich geb dir ein Herz, okay? Darf ich dir mein Herz geben? Mach. Oha. Vielleicht nicht unbedingt mein Herz, aber das runtersehe. Ich bin Pirat, okay? Ist es nicht Unutik, das Ding eigentlich? Klar, es ist ein Glücksbringer. Oh. Aber siehst du, das ist das geile Feature, das verbrennt einfach nicht. Also sozusagen, wenn ich hier runtersteppe, einmal rechts, dann links, dann bekomm ich Dias. Und? Bin noch in meinem Gang auf Richtung Geradeaus. Ja, okay. Also heute ist die große Farming-Fallbeir- Okay, Digger. Okay, girl. Äh, ne leider nicht, aber es ging wirklich ganz krass nach links nach rechts. Tatsächlich. Es hätt krass gepasst. Kommst du? Äh, ich fang... Jaunge. Jaunge. Ich baller kurz mein Essen nicht kurz durch. Ich baller kurz mein Essen nicht durch. So. Ich höre in einen... ...Skelett. Du siehst es, was ich meine dann. Naja, so in der Art. Hui. Let's get ready to die. Oh, kid. Ist das, glaub ich, ein bisschen zu ernst genommen, kann das sein? Ja, ja. Im alles ein bisschen zu ernst, ne? Ich mein, ich hab auch zu ernst genommen, dass ich immun gegen Corona bin und es, ja. Was soll ich sagen? Hm. Ist das das erste Mal Corona? Ja, oder? Ja. Jetzt go, willkommen, Club. Also ich hatte noch gar kein Corona. Ich bin geimpft. Trotzdem. Ich war vorlang nicht geimpft. Ich bin ja seit Oktober, also, also, seit November vollständig geimpft. Ähm, ich bin... ...gar nicht. Wollt ihr so zu sagen? Scheiße, Impfgegner. Wir müssen ihn eliminieren. Nee, das ist das nicht. Ach geil. Ich war... Obwohl... So, diese, diese Demos sind schon geil. Ich hab schon Impfungen, aber ich hab keine Corona-Impfungen. Weil ich bin ja genießen, weißt du? Mhm. Und vorher war ich halt gesund. Gutes Argument, ne? Mhm. Ich war gestern so meckes. Ähm... Und, äh, deren, äh, Hygienekonzept-Logik ist so smart. Smart? Ja. Du kommst rein. Sind sie drei... Sind sie dreimal geimpft? Mein Schäferhörter sagt, ja. Der zeigt den Impfpass. Juckt ihn nicht. Frag doch mal, bist du dreimal geimpft? Er sagt, ja. Sagt, Ausweis. Denkst du, ja, okay. Ja. Halt Ausweis, okay? Dann komm ich. Frag dir, yo, bist du dreimal geimpft? Ich sag, äh, nee, aber zweimal. Äh, der so... Ja, Dings, äh, wann... Wann war letzte der Impfung? Weil es geht nur drei... Äh, 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 gültig maximal drei Monate. Der irgendwie so... Hä, wie? Also... Du bist... Du darfst in Meckes, wenn du unter zwei Monate... Äh, wenn du unter drei Monate doppelt geimpft bist, okay? Dann darfst du rein. Wenn du... Wenn du... Und, äh, boostern kannst du dich erst sechs Monate nach der Impfung. Das heißt... Das heißt, zwischen der... Zwischen dem vierten... Zwischen dem fünf... Äh, vierten und dem sechsten Monat darfst du nicht mehr in Meckes rein. Egal, und wer ist da auch noch Meckes? Das ist einfach Meck Drive mit dem Bobbycar. Dann bin ich... Dann bin ich einfach, Dinger, zu KFC gefahren, klümm ich da weiter und da hat sie nicht gejuckt. Haben mir einfach Ausweis... Im V-Dings-Ausweis gezeigt und fertig. Cool, ich hab mein erstes Zertifikat. Wuhu. Hast du dein Zertif... Was? Ich hab mein erstes Zertifikat jetzt. Das wäre? Ja, Corona-Zertifikat hat die Schwanz. Hm. Ich hab heute übrigens mein scheiß Erste-Hilfe-Kurs endlich mal bekommen. Nach drei Monaten von der Schule. Hm. Was soll man denn eine Pumokala bekommen? Ah, scheiße. Die krieg ich noch. Dauert noch ein bisschen noch. PSA. Wie, äh... BGS-Qualität. Was? BGS-PSA hat die nicht genommen. Ach, warum überhaupt? Ähm... Nein, nein, nein. Ich glaub irgendwie, weil... Nimm keine deutsche Karten. Ah, ja. Das stimmt. Hätt ich dir auch sagen können. Stimmt. Deutsche Karten. Im März. Man kauft deutsche Karten. No Front. No Front. Händische Karten. Also, du bist eben noch oben? Nein, ich bin da unten. Und mich verfolgt grad ein Crepar. Crepar, amigo. Amigo. Der ist jetzt tot. Amigo. Wer zuerst Dias findet, ist cooler. Einverstanden. Okay. Piratus, du hast Dias gefunden. Was? Kannst du mich raten, du hast Dias gefunden, oder? Ne, hab ich wirklich nicht. Aber es ist episches Battle, weißt du. Okay. Der Verlierer muss fünf Giftsaps geben. Kappa. Klar, bisschen lustig. Wir machen jetzt die Dia Wars, Alter. Oh, Dias! Oh, scheiße. Ich bin cool. Ne, du bist cooler. Ist ein Unterschied. Ja, ich bin cooler als cool. Du bist cool, aber ich bin cooler. Oh Mann, bist du cringe. Oh, Kindergarten. Ich bin cool. Du bist... ...homosexuell. Du weißt nicht, ich damals dieses... Ähm. Ich bin cool. Du bist... Ja. Ja. ja 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 alles schmales scheiße hier aber bei mir geht es einigermaßen also Ich hab ja recht breite Gänge. Breites Becken, Allah. Ich hab ein breites Becken, Allah. Wahrscheinlich. Wie erklär? Wie viel Dier sei das, weil ich? Eins. Aber ich hab trotzdem eins gefunden. Vor allem ist es nur halb so cool wie cooler. Warum? Ja, weil es nur ein Eins wäre. Das bleibt jetzt wie ein Doppel so krass. Don't tell me what to do. Ich hab dich eh verloren, ne? Ich bin jetzt alleine. Same, Allah. Gutes Team, ne? Splitt sich in der Höhe von random auf. Ja, einfach Disconnection, okay? Ja. Und wenn wir was sagen, dann sagen wir einfach, ja, Timer. Timer halt. Ich hab ja EUP, ich kann mein Timer einfach kurz löschen. Die können ja nicht nachschauen. Ja, Jonas kann und ich glaub, Rene, ich glaub auch. Jonas spielt sich mit Rene, der... ...den wir, der wir dann führt. Okay. Bin damit einverstanden. Ah, aua, ich hab grad einen Krampf in der Wade. Geil. Hatte ich jetzt eine Institution, Junge, ich bin fast gestorben. Oh, mein erster Krampf war bei meinen Großeltern, Digga. Ich bin einfach aufgewacht, hab einen fetten Krampf bekommen. Meine Oma, so, was müssen wir mal... Was sollen wir machen? Meine Oma, Digga, meine Oma kommen so her. Meine Oma, so, ja, was sollen wir machen, ne? Äh, komm, meine Oma, so, ich hab die so. Ich hab ne Idee. Lass die mir eine Nadel in den Fuß einstechen. Oh, ich hab ein Spawner gefunden. Meine Oma wollte mir einfach einen scheiß, einen scheißen Nadel in mein Bein einstechen. Meine Oma krank? Russland halt. Ja, eine Nadel in deinen Fuß, weil dann... Ey, ich Fuß in die Wade. ...schmerzt einfach. Und das ist halt so entspannend. Oma meint halt so, nee, ich geb so nen Trick, ja, da muss man einfach aufstehen und seine Beine richtig krass strecken. Noch ein Spawner, what the fuck? It's raining Spawner. Halleluja, it's raining XP. Komm, gib mir die erst. Oh. Ich hör, ich hör dich. Ja. Oh, ja. Oh, Knockback, Knockback Buch, das ist gut. Kannst du ja auch Ärzte mitnehmen. Knockback 1. Der Schwanzchen. Ich hab Knockback 1. Oh, Maul. Knockback. Jo, das ist wirklich groß hier. Wo bin ich Schuhe gelaufen? Sexy Boi. Wo bist du ins ist hingelaufen? Wohohoho. What the fuck. What the frog. Das hast du gar nicht gesehen, ne? Hä, was, was bei mir? Jo, bei dir. Hä, wo? Bei dir. Ja, wo, hä? Es ist so groß, ich finde den Rückweg nicht mehr. Ich hab jetzt nur so ne kleine Cave hier gerade. Ich bin übel groß jetzt unterwegs. Was sag ich irgendwie so, sei ich über mir so ein bisschen? Hast du gehört? Ja. Komm hierher. Fuck, wo warst du? Ich bin bei dir hier entlang. Ja, nee. Klar. Ich war ein bisschen weiter über dir. Bin ich von hier gekommen bei dir? Sey, 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 sey. Ah, ich wollte. Seel dich, seel dich, seel dich, seel dich. Bleib stehen. Sey, 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 sey. Ich grab mich zu dir. Ey, Wasser. Erde. Hallo. Besorte mich. Ich bin unter Wasser. Du kannst schwimmen. Äh. Äh. Hey, nicht. radikale islamisierung radikale islamisierung welche richtung gehen wir alle dünner boden fällen sieben ihre hände nach hoch nach hoch ja alle dünner boden fällen sieben ihre hände nach hoch nach hoch ja du bist groß hier ne mhm just like my nuts daimons 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 ah junge krampf hör auf ich schlag die gleich die fresse ein ja das ist das problem an der neuen version finde ich ich finde da nicht so große quellen wie die leute sagen welche neue version ist krass äh ich hab ich hab Dings gefunden ja cave mhm cave äh mein chef ich hab gedacht wir gehen weiter runter in die Richtung wo ich gegangen bin noch mehr Dias let's go noch mal Dias hä was geht da dir Hä Paddy ist grad gefunden ja trotzdem ist ein anderer Chip äh das ist fake immer noch rei ja manchmal bebugts rum wer hat's programmiert wer hat's gemacht ja ich wir haben ein bisschen wieder rausgekickt wann haben wir eigentlich angefangen 10 Minuten weniger ok dann haben wir noch 7 Minuten circa wer hat das Spiel programmiert Tom warum ich mich enttäuscht wir hätten nicht kaum Zeit Digger ja doch klar 3 Monate ja aber das Plugin meine ich tja dumm wir haben basically wir haben basically an dem Tag wo es online kommt erst angefangen am Plugin zu arbeiten ja schlechte Arbeit er hat kein Zeit gehabt ich hab kein Zeit gehabt ja schlecht geplant ich hab 4 Dias vielleicht 5 Dias ich bin es auch in der Dings ich bin es auch in der Case ne der Inderfinder der Ender Shender übrigens ich hab dich jetzt Mod Mix als Ender Shender an Dings umbenannt damit ich wenn ich dich ähm ähm anschreibe immer rauskommt immer rauskommt immer rauskommt Ender Crank aka Ender Shender Mod Mix? ja gibt's nicht mehr hey Spawner nochmal wir haben Zombie Spawner noch ein Goldapfel ich hab echt die gute Cave Digga wieso fahren wir aber wir müssen eh nicht mehr feiern das stehen alle einfach so ja wir warten einfach auf die natürliche Selektion wir warten aber jetzt alle sterben wir warten auf die natürliche Selektion aufschluss ist es jetzt schon René gegen uns ne ich sehs einfach ich geh mal in die Cave bissl ne ich bin doch erst auch gerade in den Dings drinnen äh 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 Dings äh Mein Chef meine ich ja da bin ich auch drinnen war das für ein Lachen oder war das ein einfach kribbeliges Husten das war gerade ein Lachen mit kribbeligen Husten gemischt ok es war ein Lachen in der Art von einem Husten es war ein Lachen in der Art von einem Halsmaul die ich find's so witzig immer ich hab so ne Lehrerin die ist so richtige Raucherin und wenn die lacht Junge man hört so richtig einfach ihre Aids aus so Lungen raus sprießen ich hab dann auch wie das Teer rauskommt ja Junge die kann wenn die hustet Digga kommt einfach Asphalt raus ja du kannst gleich Bohnen machen ich hab 8 Dias ich hab Style und das Geld ich kann eigentlich ein Channing Table machen ja Kiste mit Kohle yay lasst uns ein Channing Table machen hier hab ich schon zu dir an ich baue es uns gleich mal ab äh ja wenn wir nachhören noch mehr Dias let's go das war echt ein Schlager im Fall oder ich bin übrigens gar kein 1,60 mehr äh manchmal kein 1,65 mehr ne sondern 1,60 geschrumpft warte was du bist um 15 Meter geschrumpft ey ich bin 15 Meter gewachsen hä na 70 seit wann trotzdem bin ich größer als du Pech ne das stimmt schon aber trotzdem obwohl ich klein bin bin trotzdem größer als du ja ja die Schweiz sind einfach klein bist klein? 1 1,75 wenn der Wachstum Schub mit Ende 30 kickt eine Legende besagt ein wildes Ender wächst 2 Jahre länger ein wildes Ender wächst 2 Jahre länger hat der Arzt wirklich gesagt mhm und hat dabei dich noch bei deiner Minecraft Game Attack genannt ja klar von wo kommt sonst der Name imagine irgendwann mal so im Multi ähm im Metaverse und nennen die sagen die dafür dann Game Attack sagen du hast krebs xxmilphanta96187 sie haben krebs he schädig Junge mhm Game Attack und dann brauchst du auch so xbox live schädig damit damit du den Arzt hören kannst was er für eine Diagnose für dich hat das war grad Aids ausm Arsch ausm Arsch ey diese Caves die sind so ver- äh mein Chefs sind so verwirrend oh ich hab ne Eisenpick bekommen danke mhm bitte gern geschehen no problem Joe wir haben nicht mehr lange Zeit ist nicht so schlimm äh ja doch es werde ich schon gefunden wenn wir uns finden würden äh ja ich sehe dein Name Dias zum Glück bin ich gerade zurückgelaufen ich hab grad Dias gefunden warte mal warte mal oh da gehts runter oh da war ich schon hallo Creeper ui ich weiß wo du bist über mir unter dir warte wie viel Dias hast du ah 2 ich hab ne 11 2 brauchen wir save für Dings hast du ein Leder oder ich hab's vorhin weggeworfen ich hab Bücher aber ein Buch drei reich wir können table machen ja ne wo bist du jetzt schon wieder hin äh ich bin da wo wir grad waren also halt ein bisschen weitergelaufen weitergelaufen ich hab grad Lae bis Lae Zouli App ich hab Lae bis Lae Zouli wie viel hast du Lae bis Lae Zouli was ich verlasse von dem blauen Zeug schade dass es kein Diablock ist schade dass es kein Diablock ist ja ne die kommen da nicht durch ich hab ne fette Trap gebaut Alter wo bist du? kannst du mal her? ja siehst du hier nen Block? es ist schnell weg wegen den Dingern schau ne 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 der kommt siehst du ist weil du jetzt was gemacht hast aber da ist da nein nein es ist es ist wegen wegen den hier wegen den rails glaub ich diehst du? ist wegen den rails oh fuck you're not smart you're a pock okay wir müssen langsam uns immer beeilen ähm ja ich würd gern ein Dings noch eigentlich craften ne hast du ein Craven Table? ja oh ja wir haben noch wir haben noch ok die Aufnahme ist ja nicht mal 20 Minuten kann ey scheiße what the fuck komm mal rein komm mal rein hier was hier was hier ähm fang wegen die scheiße nochmal zack 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 ähm ne andersrum hier geht hier hab's hier hab's getropped ui ui jetzt haben wir sogar noch nen Thumbnail he 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 smart Warte, noch schnell was einschmelzen. Hab ich hier Redstone. Ich crafte mir notfalls weiter noch ein Eisenschwert, falls ja uns jemand hier sieht. Klatschen, klatschen. Klatchi, klatchi. Dann lass hier zumachen, genauer. Einen richtigen Block hier. Ist er auch hier richtig so. Ich mach auch mal kurz eine Deer-Pickel. Und ein Eisenschwert. Warte, mach ich mal kurz einen Mülleimer. Das hier weg, das hier hin. Du hast noch eine Eisenpicke, oder? Nicht mehr. Okay, ich hab noch eine Eisenpicke hier rumliegen. Ich hab auch eine. Soll ich einen Deer-Shirt mit Dogback machen? Nee. Ich hab halt Dogback. Ah, Anvil wäre noch gut. Ja, wir haben jetzt keine Zeit mehr. Es ist vorbei. Okay, warte. Und Tabelle sortieren. Ähm, wir sagen, wir könnten jetzt eigentlich eventuell bei den Nettatursch langsam gehen, oder? Nee, noch nicht. Nein. Ich hab auch sechs Dias. Ich hab auch sechs Dias. Lange die keine Food Dias sind, dann macht's keinen Sinn mehr, dann zu gehen. Ja, ich hab drei Goldene Äpfel auf jeden Fall. So, wir sind raus, ne? Wir haben Zeit. Gut, Freunde, ähm, ich würd' mal sagen, das war's. Wir lieben the world behind. Ich hoffe... Ich hoffe... Oh Gott, mein Arm ist hier ein bisschen rot. Äh, euch hat diese... Diesmal endlich mal eine produktive Folge. Äh, sehr gefallen. Lasst gerne ein Abonnement da. Ähm, folgen uns gerne überall. Folgt allen Teilnehmern, die noch drin sind. Das brauche ich dir einigermaßen ernst nehmen. Ähm, ähm... Checkt gerne und sagt unseren Podcast aus. Da war dann Comedy. Lasst gerne fünf Stände auf Spotify da. Ja, maybe machen wir's ein bisschen anders als ein bisschen professioneller. Maybe das ganze Podcast-Thema. Und, ähm... Ja. Folgt euch auf Twitch. Da bin ich aktiver als auf YouTube. Und, äh, ja. Äh, ja. Wir sehen uns ja dann morgen, wenn es wieder heißt. Minecraft Team Wars... Der Kampf der Giganten. Der Kampf der Spasten. Ähm... Anna Crank, Donny versus Creebonskelett. Ich muss sagen. Ja, basically, ja. Äh, ja. Gut. Tschüss. Ich hab kurz Gast-Sound gemacht. Hahaha.